Die zentrale Notaufnahme ist diejenige Stelle in einem Krankenhaus, die sich um die Erstversorgung von akuten und Notfallpatienten kümmert. Das Wort zentral bedeutet dabei, dass dort letztendlich alle Abteilungen des Krankenhauses wie in einem Brennglas vertreten sind und das Krankenhaus in eine Abteilung hereinbringen und am Patienten die Medizin und die Organisation anwendbar machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017